Wir gehen nun in den Reihen. Etwa so. Ach, das war ja das hier. So ging das. So springe ich ab. So kann ich Copas verprügeln. Sieht auch cool aus. Dum 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 dum. Okay, genug rumgealbert. Begeben wir uns mal durch das Schloss. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Springen war so. Was mache ich eigentlich mit der Teste hier? Da mache ich gar nichts. Tschüss. Tschüss, Headshot. Wiedersehen. Ähm, ich hoffe, wie kommt da hier eine Feuerblume raus, in die man natürlich so nicht reinkommt. Ah ja, so würde ich reinkommen, aber ich habe sowieso schon genug Feuerblumen. Oh Gott, der Kampf gegen Igina. So schwer ist der ja eigentlich nicht, aber... Tastatur? Hm. Könnte böse werden. Könnte böse werden. Ähm, darüber. Hier runter. Den eigentlich reinhauen. Den in die Augen hauen. Der hat jetzt Bauchschmerzen. Den habe ich eigentlich verpasst in seinem Magen. Der ist auch weg. Damit mache ich alle fertig. Alles kein Gegner für Super-Dynamo-Mario, der die Kupas alle windelweichhaut. Und keine Türen öffnen kann, ja. Und jetzt das erste Scrolling-Gebiet. Es scrollt, ja. Das ist auch toll. Durchgebiet, das ist immer richtig lustig. Uh, fuck you. Alter, das war mal knapp. Nochmal eine Feuerblume. Gott, ich habe alles hinterher geworfen. Ich brauche das alles gar nicht. Ähm. Ja. Das war dumm. Ich glaube, ich habe davon stehenbleiben können. Äh. Dammit. Verdammter Mist. Das war wieder mal peinlich. Nein, warum? Münze, 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 Münze. Dankeschön. Ich dumm mich trotzdem. Oh, ich muss gar nicht. Na gut, dann hole ich mir jetzt zumindest hier mal einen Pils. Ja. Danke, Spiel. Du bist so. Ne. Das ist blöd. Ich will jetzt hier stehen. Ja. Oh, ich hätte ja locker stehenbleiben können. Das habe ich eben nur getan. Das war total dumm von mir. Ja, komm, rein. Hi, Iggy. Ja. Mit Tastatur. Ich hatte eben irgendwie voll Angst. Und dann ist das so passiert, wie es passiert ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich könnte mir Feuerblumen benutzen, aber... Nö. Irgendwie keine Lust. Vielleicht kriege ich ja diesmal einen Pils. Das war ja nett. Oh Gott. Das wird ja doch echt die Hölle. Mit Tastatur ist das echt nicht schön. Nein, überhaupt nicht. Diesmal warte ich. Pils. Danke. Und die Münzen holen. Weil es ist ja Marios Job, Münzen zu holen, weil er verdient ja sonst irgendwie kein Geld. Also, sagen wir mal für den armen Mario Münzen. Und da ist Iggy wieder. Hi, Iggy. So, diesmal. Okay, Feuerblumen. Komm mal her. Tschüss. Das sah jetzt zwar nicht besonders cool aus, aber er ist weg. Der Rest ist mir eigentlich egal. Hauptsache, er ist weg. Böse, Iggy. Ganz böse, Iggy. So. Und dann jagen wir das Schloss mal hoch. Das Ei bedankt sich, wie auch immer sich Eier bedanken können. Ist mir bis jetzt ein Rätsel. Das erste Schloss ist gefallen, ja. Und ich hab noch, ja, ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich kann auch die zweite Welt anfangen, denke ich mal. Ja, ich fange sie erstmal an. So. Ähm, ja. Speichern wir und geben uns ins nächste Level. Hier gibt's, ab hier gibt's, genau, ab hier gibt's ein ganz schönes Item von dir. Verdammt, wenn man mit Yoshi drauf springt, dann gibt's das nicht. Ja. Trotzdem, Yoshi, du musst halt gleich wegschmeißen. Nein, äh, weglaufen. So war das doch nicht gemeint. Ich glaub, so ein Gegner müsste hier irgendwo nochmal kommen. Hi, äh, Schack, der Baseballschmeiß. Oder schießt, mir egal. Halt, 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 Yoshi. Du. Nein. Alles deine Schuld. Hick mich, du Penner. Ja, hey. Dich, ne, äh, mach nochmal weg. So. Ja, Yoshi. Vergessen muss einfach, ne. Vergessen muss einfach. Ist egal. Hier kann man rein. Das ist wunderbar. Ah ja, das war der Mist. Super, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Yeah. No. Yes. Einheben. Besser als nix. Ich hab hier nicht genug. Äh, was? Hier gibt's auch ein. Äh, dieses Gebiet. Jetzt hab ich eigentlich mal eine Feder. Jetzt kann ich fliegen. Ähm. Ja, das war schön geflogen. Ja, ich seh's schon kommen. Das ist hier ganz lustig. Ja. Ah. So geht das. Wow, yeah. Cool. Und hier hoch. Und da rein. Okay, jetzt kommt man wieder hier raus. Genau, jetzt kann ich ja das hier. Konnte man nicht nur drehen. Genau, so kann man nur drehen, um dabei springen zu müssen. Sehr schön. Puh, das war knapp. Da waren neun, Yoshi. Die werden ja eigentlich auch echt hinterher geschmissen. Oh Gott, das ist hier ziemlich voll, das Gebiet. Fliegen wir mal. Genau hier hin. Perfekt. Da wollte ich hin. Und wir können in dieses Wasserlevel hier gehen. Das Geheimlevel in dieser Welt. Oder auch im gesamten Spiel. Ja, ist eigentlich das allererste, was man erreichen kann. Das werden wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer ansehen. Und ein Fisch essen. Für Yoshi. Ja, ja, ja. Noch mehr Fische essen. Denn Yoshi hat Hunger. Oh Gott. Jetzt wäre ich fast abgesoffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja unter Wasser. Ah, das war... Oh. Ja. Der lustige Teil. Jetzt werden wir einfach mal zum Ballon. Fliegen ein bisschen nach oben. Oh, da, da, da ist was. Halt. Nein. Ah. Ne, Feuer. Blühe mal. Super. Will ich nicht. Ich will ja hier weiter rumfliegen können. Huuu. Huuu. Krasse Sache. Na gut. Komm ahead, blühe da, Fisch. Weg mit. Ja, mein Yoshi ist das hier unten ganz schön. Überhaupt kein Problem, wenn ich die Fische einfach aufessen kann. Nein. Oh Gott. Ich muss das hier echt noch rauskriegen mit diesen Knöpfen. Ja, komm. Was wirst du mir schon tun? Tschüss. Ähm. Das muss ich mitnehmen. Das heißt, ähm. Ich kann jetzt erstmal keine Fische mehr essen. Ich will jetzt gar nicht mehr holen, weil ich da eben schon einen ausgelassen hab. Ja, aber jetzt werde ich natürlich nicht alle holen. Erst recht nicht, wenn ich schon 18 neben habe. Dann habe ich es echt nicht mehr nötig. Ähm. Du gehst mal weg. Oh ja, den soll ich natürlich mal ausspucken. So. Dann müsste hier neben nicht genau der Schlüssel sein. Geh weg, du Fisch. Und wir gehen ins Ziel. Hast du wieder ein geheimes Versteck? So. Bevor ich das jetzt mache, gehe ich aber nochmal hier rein. Und mache jetzt hier mal schon den normalen Weg. Wie gesagt, alles was ich weiß, das mache ich auch. Dem, 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 dem. Diesmal ein bisschen schneller. Weil das haben wir ja alles eben schon mal gesehen. Das brauchen wir ja nicht nochmal sehen. Nein. Nein. Oh nein. Yoshi und, äh, mein, mein, mein Dings hier verloren. Mein Fehler. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, ärgerlich. Nicht schön. Na ja, gut. Nichts zu ändern. Ich schütze hier einfach mal hier mal die Fische ab. Oh, komm. Ich drücke diesmal gleich. Oh. Okay. Das hat der eine noch gezeigt, dass da irgendwas ist. Hm, hätte den goldigen Schatten nicht unbedingt mitnehmen müssen. Zumindest nicht, ob ich das denn mal. Na gut. Da wollen wir jetzt diesmal nicht lang. Da brauchen wir ja schon. Ja, komm. Ich hab sowieso noch eine. Ja. Ich bin so toll. Und da war es halt auch nicht mein Ding. Komm, geh weg. So. Oh mein Gott, das war nicht gut. Das war schlecht. Oh ja, das war sehr schlecht. Da kommen wir schon mal in das Geisterhaus. Längst der Geisterhaus aus dieser Welt. Und jetzt gehe ich nochmal in das Level. Weil ich möchte wieder einen Gefäder haben. Versteht sich. Und da ich jetzt schon drin bin, schieße ich gleich das Level nochmal ab. Ähm, ja. Sollte mir überlegen. Hohohoho. Mein Gefäder, du Bastard. Du bist Penner. Da kann ich mich noch eingeholen. Ja, komm. Egal, ich bin nur mein Gefäder. Komm, jetzt gibt's Rache. So. Jetzt fliegen wir hier hoch. Oh. Das wollte ich so nicht. Aber okay. Na komm, wir können auch so. Ja. Hat schön gepasst. Aber wenn ich nicht gewusst habe, dass hier noch Wolken sind. Ja, jetzt habe ich den Sprung nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, abzuspringen. Geht weg. Nein, da will ich nicht nochmal rein. Da ist ein zweiter Fe... Der! Für die... Ja. Super. Ein Gefäder verloren, einen gewonnen. Hat sich total gelohnt. Puh. Hey, der klaut mir mal ein und gibt mir dann ein. Ich lasse es. So, hier kann ich mir gleich nochmal einen Yoshi holen. Oh Gott. Ich sehe, Skon, das Spiel wird mich fertig machen. Sowas von fertig machen. Ja. Geh einfach weg, du Brüder-Shark. Nein. Ich hasse dich. Genau, dich hasse ich. Warte mal. Ja, so kann man sich oft in den Fehlern holen. Das ist auch Yoshi. So, jetzt ganz schnell hier weg. Das andere interessiert mich nicht mehr. Okay, na, normalerweise kommt man da gar nicht. So hoch, aber... Ich hoffe, es wird... Ich hoffe, die Grünscheiter-Paläste, aber so geht's auch. Gott. Jetzt ist der, der ist beschissen. Das ist schon richtig übel. Gut, hier hätten wir auch den normalen Weg.